Ja, Roger Federer, Sie sind ein grosser Basel-Fan. Wie fest hat das Baselherz heute blutet? Ja, gut, es ist natürlich sicher nicht einfach zu schauen, wenn Sie verlieren, oder? Aber schlussendlich glaube ich, es war ein guter Match. Mir hat es schon mal zuerst gefreut, dass wir überhaupt nicht im Stadion sein können. Die Atmosphäre war unglaublich. Die Basel-Fans, die kämpfen, sind super, vor allem zu Hause natürlich. Und schade hat es nicht gelangt, weil ich hatte das Gefühl, sie konnten fast noch die Rollen am Schluss oder wenigstens eine Unentscheidung rausholen. Sie waren in der Kabine bei der Mannschaft, was haben Sie ihnen gesagt? Gut, ich hatte keinen grossen Anspruch gehalten natürlich. Es war mehr das Aufmunterung, um zu sagen, schade oder gut gespielt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, sie haben gut gespielt. Obwohl, ich bin jetzt nicht gerade der Experte natürlich. Manche haben sich gefreut, manche waren natürlich enttäuscht. Interessant durch die Spieler gesehen, gerade so nach einem grossen Match. Aber ich hoffe doch, dass sie es ein bisschen aufmuntern konnten. Gibt es von den Emotionen her Parallelen zwischen dem Tennis und dem Bussball? Was denken Sie? Ja, logisch, es ist natürlich Sport. Und dort sind immer Emotionen. Es ist ganz anders im Fussball. Oder wenn ich jetzt hier zuschaue und die ganze Tour gesungen wird von den Fans. Und ich habe halt auch ein bisschen mehr Aggressivität drin. Im Tennis ist alles ein bisschen ruhiger natürlich. Oder der Scheidsrichter hat nicht so viel zu sagen im Tennis wie im Fussball. Und da wird man halt sehr energisch gegen ihn halt. Andere Atmosphären. Aber ich sehe schon manchmal auch, ich spüre Frustration als Spieler, als Tennisspieler. Und ich sehe das halt auch bei den Fussballern. Das ist auch normal. Und von dem lebt der Sport. In so einem Frustmoment würde sie gerne tauschen mit den Fussballern? Klar würde ich gerne runtergehen und ihnen helfen, oder? Aber ich wüsste, ich wäre gerne Hilfe, oder? Es ist besser, wenn ich zuschaue und sie von dort unterstütze. Danke vielmals, Roger Federer. Kein Problem.